ja all die lehre und schaffte er kommen schon einmal kaum einigen folgen und das erste mal hier auf meinem kanal und mit dem manche dem abnehmen ich werde das ganze anbieter oder der zockt das ganze erklärt er kennt sich der fleck bei die teams haben einen goldmännchen also ein spieler in gold der holz und klauen in der mann rechtlich macht und auf die weiße plattform stellen ja ganz kurz geert genau die rotung ab jetzt von den zwei nur es gibt m zum sparen und jetzt sehen wir gleich ob du gekickt wirst nein holger und spiegel ich bin ja ich bin kaum ein dass wir tun geiler kommt dann wird es lustig er aber wenn man kann sich er mit dem mit dem Klaus da und kann man sich unsichtbar machen mit dem zucker kann man spielte und mit dem ist ein Leinball macht man zu menschen mit dem hat also so es tut sich ein altes Prozent aber man das nur ist denn die 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 uns sucht in den Liedern ich muss noch mal Prozent bis zu mir um die zufragst du ja ist Protekte Media Protekte dich doch selber nun weißt du wo er jetzt keine Ahnung ja die macht es Borg Kilo oder mehr die gar nicht das hat so ausgesehen als ob oder bin ich gerade geht es in der Nähe und er ist doch behindert wenn wir so wie gestorben ist wenn ich nicht mehr das ist ja noch ein bisschen aber ich bin nicht mehr unsichtbar ja nicht aber komisch und nein mit dem nicht ihm nein 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 doch mein Herz gelegt und man bekommt Pfeile wenn man winkelt ja das ist recht ja das ist richtig und bei mir lagts ziemlich ich werde das Problem heute noch alles lösen die ganze Welt so wenn du wenn du es legt nicht wenn du ganz viele Programme geöffnet hast denn es legt nur wenn du wenige Programme geschlossen hast Töntel 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 Borg du kommst du nicht durch Mieter Kostner ein Nenner Armand und es gibt vor März Sprint Bugs ich hab so es ist gut gesagt als als ob ich dich nicht sehe ich bin ich bin mehr nicht ohne so eine kleine Bitch bei uns die Bistur und nein jetzt werde ich gejagt von euch Nenner Oi ich bin ich nein und ich war mit einem schwert von einem wo und wo und was nun warte an doch 99 99 hat er ich bin ich nein die meinung der ihm ja jetzt bei mir noch ich guck in die Luft oh nein oh nein lol ähm du lecks Gartenwissen wirklich lol der Wagen ist länger betrieben ja es geht ich hatte auch noch ziemlich wenig Kerzen bei dir fest er weiß ich habe das 1 2 1 2 Alina ist gleich da und also ich habe kurz auf Skype was geguckt an meinen Zuschauern ja jetzt muss ich kurz wer sich fragte warum das ganze jetzt ganz so still war mir ähm also von der Musik her so weil ich vergessen habe die Musik ganz schön h weil die schalte ich jetzt immer manuell hier drüben den VT player ein ähm ja damit die ich halt auch ein bisschen mit summen kann wenn mir mal langweilig ist ne ja und ich hoffe dass das ganze jetzt ok ist von der Lautstärke nicht zu laut und auch nicht zu leiser Mann ich habe keine Pfeile mehr das ist so unfair ja ich habe das ganze jetzt hier auf 28% wow lol das müsste ja nicht gehen also wenn ihr das meine Zuschauer gesehen habt könnt ihr gerne unter die Comic schreiben hacken 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 nein 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 ah zwei ging ein das ist unfair oh ja und ich konnte meinen Speedtest nicht einsetzen ja fick nee leg 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 ey lol hör mich schon drei alter schon drei wir haben gewonnen kann das sein haben wir gewonnen du entkommst mir nicht du entkommst mir nicht du entkommst mir ja jetzt bist du wieder unsichtbar wieder nicht mann wir haben gewonnen dort nicht er wird entführt er werden fährt das ist erlaubt es ist ein bisschen besser mann mann erledigt ist einfach nur du kannst du sagen richtig getroffen ja ich habe punkte bekommen ich bin ich mit behindert eh ich hab ihn nicht träumt kann ich sprinten doch jetzt kann ich sprinten so ein wichser mann sprinten sprinten springen öh was auch musik läuft bei mir ja ne ne aber wir haben gewonnen wollen wir noch mal runter machen weil du hast ja relativ kurz ne ähm ja und kommen also du kannst runde machen ich rede einfach und schneide ein Bild hinein mein cooles neues Profilbild der ich noch nicht gesehen habt also bis gleich und tschüss so und da bin ich wieder zurück hier bei Cowboy in Indien mit einem Fail am Anfang nicht was also um hier geht es weiter in 40 Sekunden und zweitzeh ohne Mist der Play der Zettel noch bis auf den Weichen alle in der KM und Sonne um eine also ich werde jetzt mal rausfinden ihr seht vielleicht nur ein schönes Bild wir haben ein neues Bild mit dem das mir mein kraft bei ihm ob gemacht es sendet ihr um eine Schwester gehen okay das heißt was er merkt Schusssang ich habe ja einen Mutants Knopf der ist voll geil ne ja habe ich ja in meiner Let's Play Minecraft 4 glaube ich habe ich den eingesetzt der war so geil von OP ey von OP ey und meine äh ja ähm äh alle die am Mac haben ja es ist scheiße ein Mac zu besitzen also er ist ziemlich gut also nichts nichts gegen Mac aber ich meine doch nein du hältst die Schnauze Mac ist verhindert akzeptiert es doch einfach ne ich akzeptiere es nicht ne ich akzeptiere es nicht ähm was ich werde tun ist ähm ist ich werde mein ganzer Minecraft Ordner neu machen also ich muss alles wieder neu machen und so äh ist eigentlich schnell gemacht aber naja hey ich kann was ich kann nicht schlagen ähm lol es gibt ja bei Minecraft oder Stats oder Stats ich kann allgemein die nicht schlagen irgendwie ja aber du kennst ja ein Stats oder ja und da über mir steht Leo zockt und statt mein ähm ist der Play was für ein I can't hit anyone aber in Chat schreiben kann nicht bin ich dumm nö 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 dann zeige ich noch ein Bild das habe ich auch noch dumm das habe ich auch noch gemacht dabei Let's Play Mannschaft ich weiß nicht wann ich das ging Alter ich finde ich werde jetzt offiziell das Wehen nur dann gesehen von euch sicher hier weil ich muss die gelben schlagen nicht die roten vorallt hat ey ich werde mich leichter nur so mehr m was ich für Bilder gemacht habe ne die ist so geil die für Bilder gemacht habe oh man ich hab bei mir noch keine Ängsten und der Creepy Spinnenblick den mach ich auch noch ein von Let's Play together was ne der Creepy Spinnenblick ja bleib doch noch stehen ey ne ich bin mir steh nicht so kurz zeige kühlt ein paar Abstand halten hier noch ein bisschen sterben vielleicht noch ein bisschen sterben ey weißt du noch unser alter Welt bei Let's Play äh nicht Let's Play Mannschaft einfach so das war geil oh ja oh ja oh ja oh wow oh my god oh my god oh my god will du oh 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 man die Indianer haben schon einen ganzen Punkt einen ganzen Punkt oh stell dir das mal vor dir einen ganzen Punkt oh scheiße ey ne oder ne das kann man nie mal ne ne das geht nicht naja sicher nicht ich kille dich und deine ganze Familie oh ne das war aber nicht nett das war nicht nett nett hörn die alte Schnauze das war bei mir mein mein iPad bei mir war das bürger krass mehr als ein Leben Herr Wuster wie ist er so schnell darüber kommt Spiegel Spiegel die Zeit 9 Ohrmann Action und sterben er ist es ein Gegner von mir der hat in mir läuft ich habe keine Ahnung ein 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 für jetzt unsichtbarkeit und go so ein ich bin ja gar nicht ich bin ich ja ich bin ich ja wenn die Jungen nicht hier habe ich ich habe keine Invisibilität mehr warum auch immer Invisibilität mehr lebt das Goldene der Goldene Apfel k ja Jahrhundert schon jahre haben sie alle mal zu wissen gedacht Jolo Koppel und nicht daran was sie in die Anruhe Köln-Gruppen ich gar nix du bist unheimlich wenn wir dann geht es nur über dir ich hab keine Ahnung ja auch alle 16 allerhöchsten und wird der reihe ich habe mich wieder verprägt aber wenn es höhen das ist ein Kratz und sie haben der Gerät gefunden war ein Jahr die Schnauze nur so gut ich habe der Gerät gefahren die Schnauze auch gar nicht ab und den Pong Ball ich hoffe das war nicht zu laut ja das ist das hat man schon nein 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 mein Pong Ball ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn in mein Base da steht ich habe gesagt Mannschaft 1 und und jay ne ich habe nur einen Punkt gemacht oh voll kraft immer nicht ich will ich will Uwe 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 Armand ich steppe dran der war in mir er hat gewusst das bekommen das bekommst genau gewusst weißt du also gedacht hinter mir war doch mein Kraft immer er das vergisst man nicht so leicht ich gehe jetzt mal hinein so ne bitch ja ich kann auch mit Bogen ne ja dann mach doch okay ich habe indians half one okay ähm das war ein zweites Grund von Cabos in Indiens mit meiner neuen Musikstrategie ich hoffe die sind gut angekommen er kann mir in den Kommentar schreiben wie das ist und diese Folge müsste jetzt am Sonntag kommen wie eben bei mir im PVP und ich muss mich noch dafür entschuldigen dass das letzten Sonntag kein BVP kam ich hatte auch nicht die Zeit sorry Lötz aber muss halt auch mal sein ne also ich würde sagen wir sind das nicht mal bei BVP und bei irgendwas anderes guck mal in Deo Zock vorbei beziehungsweise die von Deo Zock bei mir bei Marktafter immer beide in der Videobeschreibung werde ich mal annehmen ja das wird es ich kann sagen sie würden sich das nächste Mal die Hälfte ist auch Prozent 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 Prozent